So Sebastian, wir sind mal wieder in unserem Humidor zusammen und gucken uns heute was an und zwar was ganz spezielles. Tja, ein Jahr lang haben wir ungefähr dran getüftelt an unserer Starke Zigarren Hausmarke. Wir wollten was günstiges anbieten, was aber geschmacklich wirklich herausragend ist. Deswegen hat es wirklich auch gedauert, da eine entsprechende Tabakmischung zu finden. Und haben jetzt sechs verschiedene Formate, eher im Kleinformatbereich, vom Zigarillo bis hin zur kleinen Zigarre. Ich zeige hier zum Beispiel mal ein Format, das ist die Wilde Senoritas. Man kann es am Namen schon erahnen. Hergestellt werden die in Holland und da gibt es eben so eine alte Tradition, das Deckblatt zum Beispiel bei diesem Format hier nicht bis zu Ende zu rollen, nicht komplett über die Zigarre zu legen. Und da schaut vorne so ein bisschen Tabak mit raus. Das ist so eine Besonderheit der Wilde Senoritas. Es gibt aber ganz klassische Formate, der Zigarillo-Format, die Sprit. Hier hört man auch wieder das Holländische raus. Das ist das kleinste Format. Dann gibt es eine Half-Corona, eine Long Panatella, eine Corona und eine Senoritas. Der Besteinigt dir aus. Das Besondere ist letztendlich geschmacklich gesehen der cremige Rauch. Ja, es ist ein richtig schönes, weiches Mundgefühl. Das ist sehr schwer zu finden bei solchen Zigarillos, die ja oft dann, oder bei kleinen Formaten, die oft brennen, scharf werden, bitter werden. Sowas wollte man eben nicht haben. Und deswegen haben wir eine sehr ausgeklügelte Tabakmischung hier mit einer Einlagemischung aus Kuba. Brasilien ist mit dabei, Java, Sumatra und Mexiko. Umblatt aus Java und Deckblatt ganz klassisch aus Sumatra, also helle Deckblätter. Ja, geschmacklich insgesamt sehr ausgewogen, mild. Also auch für den Einsteiger gut gemacht. Ein bisschen Holzarom, ein bisschen Kakao. Eine schöne Nussaromatik ist immer da. Und bei den meisten von Anfang bis zum Ende angenehm mild. Ja, sehr schön. Hast du schon gesagt, was man da in etwa für hinlegen muss? Im Moment zwischen 60 Cent für das Zigarillo-Format und ungefähr einem Euro für die größeren Formate wie die Corona. Also wirklich was sehr preiswertes.